Ja, hiermit lade ich alle Stritzelfans, alle Freunde und Liebhaber des Dresdner Christstollens zum Dresdner Stollenfest ein, am 2. Advent auf dem Stritzelmarkt, unser ganz, ganz großes Highlight. Viele, viele, viele Besucher kaufen Sie ein Stück von dem echten, großen Dresdner Christstollen, Riesenstollen für 5 Euro und unterstützen Sie damit in eine gute Tat.